Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon GO. Ich bin Chaos Lady. Ich war fleißig auf Pikachu-Jagd. Hier habe ich einmal meinen Sternenstaubstand, bevor ich ein Sternenstück gezündet habe. 444.000 Sternenstaub. So, und als nächstes auch nochmal den Pokédex-Eintrag von Pikachu. 500 gesehen und 838 gefangen. Ich kann ja wohl kaum mehr gefangen haben, als ich gesehen habe. Und hier geht schon die Party recht gut los. Erstmal das Sternenstück. Ich habe halt 25 Stück, daher kann ich da ruhig mal ein paar ausgeben. Immer mal wieder. Alles andere habe ich mit GO Plus fangen lassen, deswegen habe ich das GO Plus hier noch eingeschaltet. Hier geht so ein bisschen die Party ab. Ich sehe aktuell zwei Stück hier. Und das Einzige, was mich an diesem Event etwas stört, ist, dass Pikachu echt mega ungern im Ball bleibt. Das passt super gut zur Anime, fällt mir auf. Aber egal, darum geht es jetzt nicht. Erstmal noch, natürlich ist mir bewusst, dass die Kleidung je nach männlich oder weiblich unterschiedlich heißt. Also bei den Mädchen ist es Blattgrün und bei den Jungs ist es Feuerrot. Und ja, die Kleidung heißt einfach nach den Editionen Feuerrotes Oberteil. Weil bedeutet nicht gleichzeitig die Farbe, das ist mir schon bewusst. Es war trotzdem witzig. Und außerdem ist das vielleicht sogar ein kleiner Übersetzungsfehler, weil theoretisch müsste es eigentlich Feuerrot Oberteil heißen und nicht Feuerrotes Oberteil. Feuerrotes bedeutet bestimmt, dass dann das Feuerrot sich auf die Farbe beziehen könnte. Übersetzungsfehler, meine ich. Wenn ich falsch liege, tut es mir leid. Ich habe natürlich nicht vor, Quatsch zu erzählen. Und dann ist noch aufgefallen, oder mir ist aufgefallen, euch ist aufgefallen, ist ja auch nicht so schlimm, aber dennoch muss ich das natürlich dringend erwähnen, dass das Event von Bisa Sam, also das nächste Community Day Event, findet ja am 25. März statt. Das Interessante ist, dass es diesmal gar nicht an einem Samstag stattfindet, sondern an einem Sonntag. Und es stand ja dabei, dass es die mitteleuropäische Sommerzeit ist. Und da wir zu dem Zeitpunkt, wo das Event stattfindet, Sommerzeit haben, muss es wohl doch zur selben Uhrzeit stattfinden. Das heißt, es bleibt dabei von 11 bis 14 Uhr. Und nicht fälschlicherweise von mir gedacht, dass es von 12 bis 15 Uhr stattfindet. Na gut, dann ist das so. Also, ich hatte automatisch schon wieder weitergedacht, aber Niantic wird ja mittlerweile etwas schlauer, dass sie uns die Uhrzeiten tatsächlich zum Teil für den jeweiligen Kontinent korrekt anzeigt. Quasi. Naja. Es gibt ja schließlich auch andere Orte in Mitteleuropa, die eine andere Zeitzone haben. Von daher müssen die ja auch wieder umrechnen, vielleicht. Als nächstes gab es einen Kommentar zum Thema Kleidung. Ich könnte mir ja mal andere Kleidung zulegen, aber ja, also ich weiß nicht, meine hart verdienten Münzen in Kleidung zu stecken, ist absolut gegen mein Spielprinzip. Ich habe nicht mal den Beutel auf Max. Ich habe den Itembeutel nicht auf Max, glaube ich doch, 1300. Ja, nee, habe ich nicht auf Max. Und deswegen wollte ich eigentlich eher ungern meine Münzen in die Kleidung investieren, zumal ich mich da eh nicht entscheiden kann, was ich da so tolles aussuchen soll. Und dann gibt es gewisse, natürlich, es gibt dann so ein paar Kleidungsstücke, wo ich sage, die möchte ich gar nicht anziehen, weil sie jeder anhat. Das kommt dann auch noch dazu. Deswegen, mir gefällt das, was ich anhabe. Und tut mir leid, wenn ich das jetzt nicht einfach mal eben wechsle und mir irgendwelche Kleidung kaufe. Wenn ihr unbedingt wollt, dass ich irgendwas Bestimmtes anziehe, könnt ihr mir gerne dafür Geld spenden und das zu eurem Beitrag, äh, zu eurer Spende dazuschreiben, wofür es ist. Und dann werde ich das auch dementsprechend auch so nutzen. Das ist überhaupt kein Problem. Das kann man alles machen. Ihr könnt einfach tätig werden und euch was wünschen. Zum Beispiel, muss nicht sein, es zwingt euch keiner zu irgendetwas. Ja, Pikachu, ähm, gehen schlüpfen. Schlüpfen? Nein, äh, flüchten auch gerne. Aber so ist das leider. Und ich bin echt gespannt, ob ich es diesmal vielleicht schaffe, aus den 2 Kilometer einen Pichu zu bekommen. Bisher habe ich leider noch keins bekommen. Ach, das Wichtigste kommt ja erst noch. Und zwar, dass dieses, dieses Mal ist das tatsächlich so, dass das Pikachu mit Hu tatsächlich in Shiny-Form gibt. Ich dachte, ich bin aus allen Wolken gefallen, als es, äh, als die ersten Screenshots rumgeschickt worden sind, dass es tatsächlich Shiny-Pikachu mit Hut gibt. Das war jetzt die ganze Zeit nicht der Fall. Zu Weihnachten zum Beispiel, als es das Pikachu und Boothugel mit der Attacke geschenkt gab, wo man ja auch mehr Sternenstaub bekommen hat, auch wenn das Niantic auch nie angekündigt hat, glaube ich. Und auch wie im letzten Video schon gesagt, ich freue mich auf das nächste Community-Day-Event. Einfach, weil sie es genau so gedreht haben, dass ich live bei einer Shiny-Hunting-Tour dabei sein kann oder zumindest live mitbekommen kann, ob ich gerade einen Shiny angeklickt habe oder nicht. Also so wie bei Trattini halt. Und das finde ich halt toll. Auch wenn Wisasam jetzt vielleicht nicht das ultra-beste Pokémon ist, aber es ist nun mal das erste Pokémon im Pokédex, das allerallererste, die Nummer 1. Die Nummer 1. Wisasam ist die Nummer 1. Und Pikachu ist quasi einfach nur die Nummer 1, weil es das bekannteste Pokémon ist, das es überhaupt gibt. Leute, die gar keine Ahnung haben, was Pokémon eigentlich ist, kennen Pikachu sogar. Auf jeden Fall. Das kleine gelbe Monster kennt jeder. Oder die kleine gelbe Maus. Wie auch immer. Und Trattini ist einfach wirklich ein Pokémon. Das kann man nur, das lernt man nur zu schätzen, wenn man das Pokémon kennt, wenn man sich mit Pokémon auskennt. Und Wisasam kennt vor allem die Leute, die damals bei der ersten Generation dabei gewesen sind und wissen ganz genau, das ist die Nummer 1. Und schlecht ist er ja auch nicht. Wie gesagt, mir gefällt er und ich hoffe, wir haben das passende Wetter. Wir bräuchten dazu klares Wetter. Für den nächsten Community Day und ich hoffe, das klappt. Ich fand es ja super, dass es bei uns drei Stunden lang windig war. Da hatten wir definitiv den Jackpot. Das hatte nicht jeder. Ich habe schon einige und auch einige Kommentare gelesen. Bei den anderen YouTubern auf den Videos sieht man auch, dass es nicht ständig windig war. Also von daher ist es richtig nice, was ich erlebt habe. und das gibt doch mal so ein kleines bisschen mehr geiles Gefühl für dieses Event. Definitiv. Auch wenn einfach Trattini ziemlich häufig. Relativ. Also relativ im Sinne von, ja, kann ja sein, dass die Leute, die in Nestern unterwegs waren, irgendwie mehr Erfolg hatten. Denn bei uns in Offenburg war das irgendwie komisch. Am Zwingerpark haben viele gesagt, ja, war nicht so nice. Es war dann doch besser an den Lokmodulen oder in der Innenstadt, weil da einfach die Spawnpunkte einfach viel höher waren als an anderen Stellen. Aktuell ist ja das Wetter bei uns, zumindest in vielen Teilen von Deutschland, richtig knackig kalt. Bei uns ist es aber aktuell sogar so, dass es die ganze Zeit klar ist. Also bei uns scheint quasi jeden Tag, den ganzen Tag die Sonne, aber es ist mega kalt. Diese 30 Minuten mit Sternenstück waren eine echte Qual. Also manche Fingerspitzen sind so kalt gewesen, dass ich mir echt überlegt habe, Mist, was machst du denn jetzt, wenn dir hier der Finger wegfriert? Also es war schon sehr schmerzhafte Erfahrung. Dennoch hat es wohl irgendwie geklappt. Hier sind die 30 Minuten gerade um. Und ich werde nochmal den Pokédex-Eintrag einblenden. Und es sind 523 gesehen und 359 gefangen. Ja, 23 Pikachus innerhalb einer halben Stunde. Und ja, erkennt ihr dieses Pikachu, dass das anders aussieht? Also ich habe mich ein bisschen gewundert, was das wohl ist. Vielleicht erkennt man es beim Nachtempfangen vielleicht etwas besser. Es ist ein Shiny! Ein Shiny Pikachu mit Hut! Yay! Oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich tatsächlich eins bekomme. Ich habe mir zwar Mühe gegeben, aber dass es doch so schnell jetzt mal geklappt hat, das hat mich jetzt gewundert. Ich zeige nochmal meinen Pokédex-Eintrag, weil das ja ein bisschen später gewesen ist. Und da sind das dann 533 gesehen. Vielen Dank fürs Zusehen! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!